neue inhalte verfügbar dr woos geheimnisse ja ja ich habe in den letzten folgen in den letzten folgen eine folge war es gewesen wo ich euch gefragt habe ihr habt ja auch darauf geantwortet ob ich das installieren soll oder nicht ich habe es erst mal installiert ob es spielt ist wie was anderes und ihr seht der neue standort könnte das wollte ich nicht sagen inhalt von dr woos geheimnisse wird verfügbar sobald sie vier sterne auf isla muerta erreicht haben das werden wir doch mal wir sind schon sogar so weit wir drücken weiter dann starten wir übrigens das spiel mal ich wollte das noch mal zeigen ich habe es installiert wie gesagt alles schön vom entwickler geschenkt bekommen ich bedanke mich dafür super super nett und ich weiß aber jetzt natürlich nicht auf die neuen dinos dass dieser carnivore pack ob die jetzt schon aktiv sind oder ob ich die erst freischalten muss oder ob ich da irgendeinen haken setzen muss oder 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 ich hätte keine ordnung so wo ist denn niedrige gesundheit wer hat denn niedrige gesundheit ich verstehe es nicht gesundheit könnte es aber mit dem ranger team machen so kann man mal gucken wer hier eis und ankylos naus ach hatten wir schon wir können eigentlich übrigens mal teleportieren er liegt hat mich noch um deswegen das war der fehler in der letzten folge auch ich hatte mich gewundert hier war doch auch vorher führt da alles klar so da ist unser schöner t-rex also er macht schon ein geiles haut ne der ist schon gut drauf aber wir werden jetzt erstmal einen t-rex kraften bauen herstellen verkaufen sie angriffs auf 64 so modifizieren 164 angriff was haben wir hier angriff wo krieg ich denn jetzt her angriff 164 das krieg krieg ich doch gar nicht hin erst null gehen okay das verstehe ich jetzt gerade nicht ich glaube ich muss noch irgendwas erstellen oder irgendwas erlernen genau wie können ich glaube wir müssen noch ein bisschen sachen erforschen oder so kann das sein ich weiß es nicht wir haben schon lange nicht mehr geforscht haben wir noch ein paar sachen zum zum erforschen das weiß ich gerade nicht wir können das ja mal kreidepaket ach das sind die dinos ne die dinos sich ah guck mal da das sind die sachen die ich freigeschaltet habe oder mit dem dlc oder 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 nicht ich glaube schon ich glaube schon guck mal hier hier kann man noch nichts machen nichts 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 marketing und verbesserte anwälte ok 3,18 millionen ok ich glaube das wäre eigentlich hier ganz cool würde ich ja sagen hier was haben wir hier die frage das sind das sind die pakete ok das sind die sachen die ich dann also ich mache das noch mal nicht ich warte mal ich mal gucken ob er ob was ihr dazu sagt das sind ja auch die sind irgendwie auch paket oder so schicken die mal los und den torosaurus noch zu ende und der edmondo saus und den anderen so ok so ist der jetzt wieder geheilt aber ich bin nicht sicher ob sie auf meinem job abzielen aber mit den zahlen würden sie ihn wohl verdienen Logo Achso ein ein meiser saurus und müssen wir auch noch frei machen frei laufen lassen hier das ist unser unsere Was haben wir alles da okay das ist ja unsere quest hier Wie ist er wirklich meiser saurus wie ist ja noch mal ich gucke was das Meier saurus meier saurus Und den haben wir noch nicht Müssen wir noch ein bisschen erlernen Stimmt das war ja das was ich eigentlich naja Geht es denn gut mir Warum fragezeichen Gibt es kein weg dorthin ich habe keinen weg in das ich kein weg hier reingemacht das sehe ich gerade Das können wir hier einfach problemlos hier machen So jetzt fährt er auch los Jetzt hätte er auch los okay Jetzt weiß er bescheid wohin muss ist das lustig aber das hier das der der das tor ist perfekt in der in so einem geraden Gezäunen alles wunderprächtig ich könnte übrigens ich glaube sogar noch das ding hinsetzen Und doch Aber ich würde keinen weg hier hinbekommen Schade Einfach nur so weiß kann nach mein gott diese wunderprächtige Das ist das andere ich drücke jetzt mal falsch der hubschrauber ist aber ja daten das war ja damals dort naja Maja 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 papa ja 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 Habe ich hier wieder die dings voll die fossilen dingens boomens nee aber ich kann hier noch So Sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön verkaufen Sehr schön ok kriegen wir noch was erlernt so wir wollten ja in der letzten folge haben wir hinten schon mal so ein bisschen angefangen Sag ich euch gerade das gehegele also dass das gebiet was wollte ich dir hier noch mal machen also wir brauchen glaube ich ein bisschen mehr strom aber Ich glaube das reicht erst mal Wo wir müssen wirklich noch mal so ein feigling center bauen ne wo ist das ding feigling center Feigling center wo bist du was ist denn das hier eigentlich Klo station Gibt es hier was wir noch freischalten können Spielhalle Fossiliengebiet Und an die bar Die bar hallo Weil italienisch also wenn die haben das aber nicht wie italiener gemacht ein italiener der braucht eine bar als erstes und kommen keine zuschauer Was für schifte schifte wo kommt das teil ach da Das feigling center kommt ach das können wir hier sogar überall hinquetschen das so ganz klein ne Ich bin das hier untergebracht Nö Oh der rex Hat der einen gekillt Ne Ach schon cool wenn der Stell dir mal vor du gehst hier spazieren So Und dann hast du so ein T-Rex auf der anderen Seite Und der brüllt da zu dir rüber Also ich als T-Rex würde alle jeden Zaun einreißen Wie viele Ziegen hier es ist ein Ziegenparadies Ding geht's gut Ding geht's gut Ich wollte doch irgendwas bauen Ach ja das hier das passt hier auch perfekt hin finde ich gut Forschung abgeschlossen Komm Forschen wir währenddessen nochmal weiter Wir machen einfach alles durch ist egal Geld haben wir sowieso viel zu viel Also mit Geld Haben wir jetzt erstmal am Anfang keine Probleme mehr Toter Dino Struzuminos Ne Oh das ist Okay der letzte Draco glaube ich Vorletzte Draco war es glaube ich ne Ja Dann machen wir hier die eine Modifikation Cooperation in the nation Da so Auf den Hai Der Hai finde ich schon mal am besten Schnell 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 Wachmester hat ihn gekillt Oder? Ne Ich habe jetzt gerade gesehen Ein toter Dino Noch ein toter Dino? Ach das ist glaube ich der der im Heli ist ne Okay ist verschonten Ne ich habe jetzt gerade Toten Dino gesehen Und hab den T-Rex schreien gehört Und hab ich gedacht, der hat sich wieder so ein Edmundo einfach geschmackt Und hat den Sich zwischen die Kiemen geschmissen Nö, ist aber gut Das ist schon cool Hätt ich über Angst, ey, sag ich euch Da hätt ich richtig, richtig Angst Also bei dem würde ich das Das ist schon richtig, richtig, richtig krass Soll ich den Zaun an? What the heck, macht der da? Meine Güte, ich hab grad richtig Richtig Gänsehaut bekommen Ich dachte, der greift den Zaun an Okay Er hat sich einen ausgesucht Wie der guckt, guck mal Oh, das ist leider Dass sie so nahe kommen Finde ich echt ein bisschen krass Den Regen haben sie richtig gut gemacht So, jetzt gucken wir mal was Das haben wir hier schon wieder Ich traue dich um Minus Ne, Edmonosaurus Tot Ich finde es gar nicht so schlecht Zum Gehege Zu machen Für den Mit so vielen Bestimmten Arten drin Ist doch kein Problem Das Gehege ist schon groß Guck mal, wie klein der ist Ist ja auch wie eine Ameise Ist schon krass Aber ich bin jetzt total Total immer am gucken Und ich hoffe immer Dass der irgendwie was tut Was er nicht macht Im Moment Was wollte ich hier bauen Ich wollte doch was machen hier Ich hätte die ganze Ich lenke mich selber ab Was haben wir hier Wissenschaft Haben wir das Ding schon mal gebaut? Haben wir das schon gebaut, das Ding? Oh ja, ich suche mir natürlich jetzt irgendwo Der schreit die ganze Zeit Also es macht einfach Spaß Den einfach nur zuzugucken Den T-Rex Ich bin einfach total Fixiert auf den Der ist Der macht ja viel Der Brachysaurus Ist ja einfach nur am Rennen Und am Fressen Wo kriege ich das? Oh, hier Forschung abgeschlossen Sehr schön Forschung kurz weiter Gucken wir weiter Damit wir diesen einen da fertig machen Schon wieder was voll Oder so, ne? Ach ja, ich muss hier auch Auch entdingsen Ich hab's wieder vergessen So Die kleinen, die können wir ja verkaufen 80.000 80.000 Verkaufe ich auch Hier war doch ein großer Da sind die auch die kleinen So Aber wir brauchen eigentlich Die Dinger nicht mehr Dass die Edmundusaurus Auch immer so nah an den rangeht Ich finde das so richtig Makaber irgendwie Die versuchen es immer Darauf anzulegen So, wir haben das Ding gebaut Noch nicht So, das Wissensdings Der Bumse Ist doch gar nicht mal so schlecht So, dann versuchen wir mal Hier ein Gehege zu bauen Ich würde ja gerne so eine Brücke machen Eine Fußgängerbrücke So ein Gehege machen Und dann so eine Fußgängerbrücke Da drüber Und der Park ist ja noch nicht zu Ende Wo endet der? Wo drücke ich? Da Na, die endet doch hier schon Ich könnte hier nicht mehr viel machen Nein Hat der jetzt doch gefressen Mann, ey Ne Hat er nicht Warum ist er tot? Altersschwäche? Also egal Also ist das egal Aber eben Haben wir ein weniger mit Von denen Im Gehege Ich wollte den T-Rex zugucken Wie der frisst Ich mach das so gerne Wir lassen das so Wir machen das einfach mal so Okay Jetzt haben wir ein riesen Gehege Das müssen wir natürlich hier noch zumachen Oh Jetzt hab ich so nah gebaut Jetzt muss ich den letzten abreißen Jetzt Jetzt ist er tot Jetzt ist ein Edmundo tot Jetzt ist er tot Das ist ganz sicher Ja, das war's Tierstätten gekillt Gefressen Fressen und gefressen werden Außer wenn der Arme Edmundo kann nichts dafür Einmal haben wir noch die hier Und schießen Hallo Du bist ja schon draußen Wir brauchen Platz Komm weg hier Was ist los, Mensch Ach, das macht Spaß Jetzt müssen wir den toten Dinosaurier Der hat den jetzt auch verliegen lassen Müssen wir abholen Und nachher gibt es irgendwelche Krankheiten Oder sowas Haben wir jetzt Platz? Wir haben Platz Da So, schießen wir den anderen jetzt auch noch mal ab So, schießen wir den anderen jetzt auch noch mal ab Ist ja das gehört Und dann noch mal Den nächsten So, schießen wir den anderen dann auch noch mal ab Schießen wir den anderen Schießen wir ihn Okay. So, das Gehege werden wir jetzt weiterbauen. Wir haben auch keine Zeit, ne? Wir haben ja auch irgendwie nie Zeit. So, das Gehege ist eigentlich schon fertig. Wir könnten jetzt mal Folgendes machen. Die Musik wird plötzlich so laut. Oh, falsch rum. So, kann ich hier noch so ein Zuschauer-Dingsbums bauen? Ich glaube nicht, das ist zu groß, ne? Ah, yes. Wäre eine gute Sache gewesen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ah, ist das cool. Was habe ich für ein scheiß Schwein? Sorry, Leute. Was habe ich für ein scheiß Schwein? Es gibt zwar kein scheiß Schwein, ihr wisst schon, aber es ist trotzdem Schwein. Das ist ja mal richtig cool. Jetzt habe ich ein cooles Gehege hier. Mit Strom da hinten, okay. Super prächtig. Machen wir hier noch einen Eingang für den... Schieb, 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 schieb. Das hier super prächtig ist. Ich glaube, ich fühle das doch lieber besser hier. Hier wäre auch nicht schlecht. Dann müssen wir es hier machen. Vorerst. Ah, nee, jetzt hier am Wasser... Nein, ist egal. Ist es eben Wasser. Nehmen wir uns doch irgendwie lieber gewesen. Ach, wir lassen das erst mal so. Hoch zwei Dinos tot. Was haben wir hier schon wieder tot? Noch mal ein Kilo. Verrecken die jetzt alle, oder was? Noch einer. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Hm. Okay. Sterben uns die ganzen Dinos weg. Kein Problem. Jetzt wird hier geschossen. Jetzt wird transportiert. Das ist echt voller Park hier. So. Was können wir denn hier hinbringen? Ich muss gerade überlegen. Was haben wir überhaupt noch? Gucken wir mal ganz kurz. So. Wir haben... Was haben wir denn noch nicht? Ah, hier, guck mal. Diese kleinen Scheiße. Aber die sind doch nicht so ganz... Die sind doch nicht ganz fertig. Finde ich keine gute Idee. Finde ich keine gute Idee. Na, hier rüber. Zack. Oh, das ist alles 80. 100%. Aber wir gehen trotzdem mal hin, damit wir es ausschöpfen. Dann haben wir hier schon was gebracht. Und da habe ich jetzt noch nichts geholt. Nee, ich habe das gar nicht mehr losgeschickt. Jetzt habe ich natürlich ein paar Gebäude, die Bowlingbahn gebaut. Und habe gar nicht eingestellt, wie viel Geld ich wirklich verdienen möchte. 54. Personal machen wir jetzt so. Warum ist hier nichts los? Gäste? Null? Hä? Was ist los? Ich sehe gar nichts. Hm. Irgendwas noch passt. Nichts los. Nichts los, alles gut. Keine Ahnung. In der T-Rex 164 erklärt mir mal bitte, wo ich das mache. Hm. Oh, den Edmundosaurus müssen wir auch nochmal rüberbringen. So. So. Ja. Wir können hier diese kleinen anderen Raptoren ähnlichen Gerät-Monster-Viecher machen. Dinos. Wir machen jetzt hier noch. Pass auf, nee. Erstmal, erst mal, erst mal so. Dann so. Dann so. Dann so. Hä? Hä? Wieso ändert er das denn jetzt? Mann! Niedrige Gesundheit. Das ist bestimmt irgendwas, was wir kein Essen bekommen von mir. Jetzt meistens, glaube ich, der Brach oder sowas, ne? Oh, warum? Oh, der hat mich zu essen. Oh, nein. Oh, der läuft jetzt, glaube ich, zum Essen hin, ne? Ich glaube, der hat nichts zu essen gehabt. Nahrung. Es Lobo. Wir waren auf der Suche nach was zu essen. Mein Fehler. Mein Fehler. Ja. So. Ich war jetzt hier noch dran gewesen. Also, wir haben natürlich jetzt in den letzten Folgen sehr, sehr viele Gehege gemacht. Aber wir versuchen das wenigstens richtig hier zu machen, damit wir auch besser arbeiten können. Da wir sowieso nachher die Bäume wieder setzen, aber damit ich ein bisschen besseren Überblick habe, wo unser Gehege ist, wo unsere Kartengrenze ist. Jetzt ist das natürlich alles auf dieser Höhe dort hinten. Deswegen geht alles ein bisschen zu hoch. Naja, müssen wir damit leben. Jetzt endete das schon wieder. Ich habe nichts geändert. Kein Tastendruck geändert. Es ist echt komisch. Manchmal macht der plötzlich einfach eine andere. Also, bestimmt, weil ich kurzzeitig irgendwo anders hingehe. Look, es macht jetzt gerade niedrig. Wie der Wald und alles runter geht, das ist echt krass gemacht. So, okay. Ein Gehege haben wir eigentlich. Das ist gut. Wir könnten jetzt das nächste Gehege einfach noch da dran setzen. So, wir könnten jetzt frecherweise einfach so ein Gehege machen noch. So, jetzt haben wir noch ein Gehege. Wir könnten das als Gehege so nutzen. Aber jetzt haben wir natürlich ja keinen Eingang mehr. Ich fand das sowieso nicht so schön, ganz ehrlich gesagt. Das Ding fand ich nicht so pralle. Fand ich nicht so pralle, deswegen machen wir jetzt ein neues Türchen irgendwo hin. Hier geht es natürlich nicht, weil ich, weil ich, keine Ahnung, weil es einfach nicht geht. So, hier. Ansonsten muss ich wirklich das hier lassen. Und dann hier eins machen. Dann fährt er nämlich hier rein, da rein. Und dann muss er eben durch zwei fahren. Ist okay. So, jetzt haben wir erstmal zwei Gehege. Eigentlich haben wir ja direkt drei Gehege. Wir haben ja dieses hier auch noch. Jetzt müssen wir nur gucken, ob ich das Gehege wirklich brauche. Ich mache jetzt erstmal ganz kurz wieder ein paar Bäumchen weg. Nein, wir brauchen so ein bisschen jetzt den Überblick, was wir überhaupt noch hier machen können. Okay. So sieht es aus. Das Gebäude. Habe ich gerade eben erst gebaut. Ich habe eine Idee. Ich habe echt eine Idee. Wir könnten ja in der nächsten Folge, also wir haben jetzt zwei schöne Gehege, finde ich. Ich finde das eine schöne, nette Gehege. Wir könnten diese Bahn hier so in einem Kreis drehen lassen. Hier so vorbeigehen. Hier hoch. Hier vorbei. Hier. Leider kann ich den Jungs so anschließen. Die wird niemals hier anschließen können. Da muss ich das einmal umsetzen. Und das im Umsetzen fängt dann wieder auf. Das ist dann wieder ein Hin und Her. Ich glaube, wir bauen einfach. Ohne mal. Also erstmal der kleine Plan. Ist sie hier hoch? Und dann können wir sie auch hier lassen. Und dann kann sie ja wieder zurückrudern. Ist doch okay. Ich finde es nicht so schlimm. Ich finde jetzt gerade diesen Bau, so wie er ist, eigentlich doch eigentlich ganz nett. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon? Ich mache gerade nichts. Ich bin weg von der Maus und die Maus macht, was sie will. Das ist lustig. Okay. Da habe ich nur hoch, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob es Verbesserungswünsche gibt. Wie ihr meinen Park findet, wie ihr euch die Gehege findet, wie ihr die Dinos findet, wie ihr die Dinos mischt. Mein Mischpult von den Dinos findet, ob ich meine Dinos gut zusammen gemischt habe oder nicht. Das werden wir nachhinein noch rausfinden. Ich sage dann mal, tschüss, bis denn. Und schnell auffrischen. Das und das und das.